Joach, willkommen zu einem neuen Video. Im Shop ist ein richtig geiler neue Skin, Volley-Meisterin. Die hat auch einen richtig geilen Backpack. Habe ich mir direkt geholt, aber natürlich mit dem Creator-Code ARIANFN. Den könnt ihr rechts unten mal unterstützen, einen Creator eingeben. Einfach ARIANFN. Damit könnt ihr mich mega unterstützen, würde mich auf jeden Fall freuen. Heute habe ich ein bisschen den Scharfschützen-Modus mit Suit gespielt. Den kennt ihr wahrscheinlich. Ich verlinke euch nochmal in der Beschreibung. Erster Link, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Er streamt fast jeden Tag, auch manchmal mit mir. Und ja, los geht's mit dem Video. Hallo? Hast du Bock, ein bisschen Duo zu spielen? Ja, können wir eigentlich machen. Aber heute mal ohne V-Works, okay? Du hast mich schon mal angemacht. Ja. Wie findest du eigentlich ein neues Scan? Richtig cool, vor allem wenn man den mit dem Code ARIANFN kauft. So, was ist das? Okay, wohin gehen wir? Ähm, Classenpark. Okay, let's go. Oh, wir spielen ja gegen PC-Spieler. Das ist eigentlich für ein Wude. Sniper. Nein. Mit Sniper betreffend PC-Spieler alles, oder? Die ist halt echt. Äh, ich geh 100 zu. Jo. Sind die überhaupt Gegner? Hast du welche gesehen? Ja, ich hab ein Team mehr gesehen, glaube ich. Da ein einziger, weiß ich nicht. Ähm, man kann ja nicht heilen, oder? Oder man ist direkt tot. Das weiß ich nicht. Ähm, wo sind jetzt welche? Keine Ahnung, vielleicht auch keine. Ähm, warum ist hier keiner mitgegangen? Ey, wie viel musst du da zulegen? Ah, doch, da sind welche. Blasthaus 300. Okay, ich komme. Neunziger Hits. Achtung, hier oben ist noch einer. Pass auf. Mal drücken. Digga, ich hab 20 HP. Ja, einer 105 hat. Der ist One-Shot bei mir. Ich hab nur noch einen Schuss. Über dir, über dir. Fau dich ein, einfach. Ich hab... Ich hab keine Moni mehr. Mehr, mehr. Ich hab gedockt übrigens. Okay. Pass auf, was zu heilen. Weil ich bin One-Shot. Ja. Danke. Hab einen. Was? Oh Mann, die Geien. Ich hab ihn geholt. Hey Mann. Guck mal, ich brauche mich so hoch. Ich brauche mich so hoch. Was? Hm? Ich hab ihn. Gebt dir Minis, dann machen wir dich mit. Ja, gleich. Ich hab den One-Shot. Ich hab ihn. Ja. Kick. Ja, ist das dumm. Ey, natürlich, Alter. Hä, was ist das denn? Was ist das denn? Tschüss. Och neee Ich versuch ja Ich kann ihm jetzt nehmen Ey Ähm, Salty? Ja Alter, warum hättest du nicht? Äh, oh Hey, der hat sich grad erst geduckt und hab ich... Ich hab einfach in dem Moment geschossen, wo er sich geduckt hat Verziehen wir denen noch welche Ja, zwei Stück Okay, ich komm Ich hab also einen Wo ist der andere? Alter, die spitze auch noch nicht Einer, wo noch Kumpel erhebt Der sieht ja racke rück Nice Er hat keine Waffe Warte um jetzt Nice Äh, irgendwo geht, ne? Hier, hier vorne muss Hard Hit? 90er? Was ist da drin? Natürlich, er wurde vom Berg gesnipet Äh, hast du Schild? Ne Wo ist der? Hier ist auch noch einer, oder? Ja Ah ja Auf dem Berg hinten Ich hab ihn in der Luft gesnipet Ey, komm mit, da hinten ist noch jemand Wenn weh Wenn weh Genau Schon was in der Luft kommt? Wie viele waren er? Ich hab neun gesehen Ich hab neun gesehen Hey, was hat er gemacht? Und hast du die rauf Wollt denn? Weit ich kurz Oh, es lädt nur noch einer Na gut Okay, willst du noch ne Runde? Ja, eine können wir noch machen Okay, let's go Neunziger Hit Was, ich will ihn schlagen Ich will ihn schlagen Nö, meiner Junge, was ist das für ein Alter Lächerlich, dass er direkt mir einen Headshot gibt, alter Drecks PC-Spiel, Alter Immer dasselbe So ein krasses Aim mit der Sniper, Mann Ja, ich weiß Haha Was ist jetzt passiert? Ich war doch eingebaut Achso, in der Luft So, das war's auch schon mit dem Video Ich hoffe, euch hat's gefallen Ich glaube, ihm hat grad die letzte Runde nicht so gefallen Schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei Erster Link in der Beschreibung Und, äh, Arianfn im Shop eingeben Vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen Und ja, bis zum nächsten Mal Tschö Ich bin jetzt auf jeden Fall 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 Vielen Dank.